Servus Leute, was geht und Willkommen bei einem neuen Video. Bei einem neuen Video. Mein Gott ey. Ja Leute, heute machen wir die 7 Sekunden Challenge. Wir haben uns gerade schon ein Team überlegt. Wir? Schaller, Schneeball gegen Fenster. Komm, wir gehen raus. Komm, 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 komm. Die Werfung ist mit Schneebänner ab, Alter. What the fuck? Hier ist niemand. Hä? Holst du die Getränke, bitte. Bitte, wo wir gerade schon... Junge, willst du mich verarschen? Richtiger Nigga, Alter. Guck mal Leute, der ist so brav, der hört auf mich, der holt die Getränke für mich. Und nachher, Leute, ich hab mir die Getränke in den Schnee reingelegt, damit die... Hört doch auf zu dingsen, bist du dumm. Junge, willst du es so nehmen, oder was? So, jetzt sind die schon kalt. Lifehack. Ja Leute, auf jeden Fall haben wir schon mal unser Team. Wir zwei gegen die zwei. Wir machen eine 7 Sekunden Challenge und der Verlierer kriegt am Ende eine fette Bestrafung. Die ist auf seinem Channel reingetreten und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Masi, meine Frage, nenne mir in 7 Sekunden 7 YouTuber, die du über alles hasst und go! Miguel Pablo, Dennis, Benjamin, Superman, Dingerbums, Mirko... Stop, stop, stop. Das war zu spät, ey. Leute, das war nur ein Spaß, ich hasse eigentlich gar niemanden. An sich war das gut gedacht, einfach 7 YouTuber schnell sagen. Ja, richtig. Aber du hast halt dich leider nicht geschafft, Bro. Ich glaube, du hast 11 von der 6. Nenne 7 YouTuber, die über eine Million Abos haben. Go! Emrah, Dilohis, Bibi, Dagi, Line, KS und Krapi. Krapi, ja. Boah! Geil, da hat schon die Million. Sag mir zwei Synonyme für attraktiv. Schön anziehen. Stimmt halt, ey. Bäm! Hala! Nein! Nenne mir 5-Sage-Theaten. 5-Sage-Theaten. Achso, ähm, Bal, Löwe, Tiger, Jaguar. Fünf Bundesländer aus Deutschland. Äh, Bremen, Hannover. Fuck! Nein, warte immer auf Nein! 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 Oh! Zieh in 7 Sekunden deine Schuhe an und aus. Bist du behindert, Alter? Ja! 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 Nenn mir 5-Adverbien. Was? Nenn mir 5-Adverbien. Nenn mir 5-Adverbien. Was? Nenn mir 5-Adverbien. Hä? Was sind Adverbien? Hä? Was sind Adverbien? Ey! Was ist denn eine Frage? Was ist denn eine normale Frage? Der geht nur in Deutsch-Grammatik, weil er weiß, dass er es nicht kann. Das ist eigentlich voll unfair. Hä? Nein! Aber er wusste, dass ich ihn noch nie meld, deswegen hab ich gedacht. 5 Länder sind in Amerika. Ey, was? Südamerika? Ähm, Kiel, Brasilien, Argentinien, Peru... Peru... Und... Ja! Fuck! Nenn mir in 7 Sekunden 10 Automaten. BMW, Audi, Smart, Mini, Seat, Skoda, Ferrari, Lambo... Stopp! Alter, wie sollst du 10 sagen, Alter? 7 Sekunden sagt immer 7, Alter. Nenn mir 7 High Fashion Marken. Ähm, Louis Vuitton. Oh mein Gott, Alter. Ich sehe schon kaum, Leute. Die müssen hier... Was spürst du eigentlich? Und dann wollte ich es ernsthaft noch nicht schlappen. Nenn mir 7 Hauptstädte von Deutschland. Äh, 7 Hauptstädte. Ah, Berlin, Stuttgart, München, äh, Hamburg. Fuck, Alter. Nenn mir 5 Flüsse in Deutschland. Ähm... Rhein, Moser, ähm, Neckar... Und... Ne... äh, Neckar. Hab ich Neckar schon gesagt? Ah, verkauft mich. Rhein, Moser, Neckar? Und dann warst du schon bei 4 Finger. Nenne... Sieben YouTuber, die über 3 Millionen Abos haben. PewDiePie, WhiteTitty, BibisBeautyPalace... Keine Ahnung mehr. Freakikers. Ich weiß nicht. So ein paar... Voll easy eigentlich. Ich wusste es. KSI... Ich kenn... Ich kenn voll viel eigentlich. Ich denk immer nur an die Deutschen. Ich denk immer nur an die Deutschen. Bibi Dagi. H-Dotel-Millions. Ja, das ist schön. Guck mal, ich kann nicht spielen. Frau Miniminta. Jetzt fallen die mir voll ein, aber man macht sich voll den Druck. Ja, Mann. Ja, Mann. Geh in 7 Sekunden in Insta und adde Kylie Jenner. Uh, fuck. Ja! 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 Du hattest sie schon, gell? Ne, hatte ich nicht. Ich hab gerade das abonniert. Du gib K ein, dann kann direkt Kylie Jenner weg. Geh auf Insta auf 5.4 und leg zwei Bilder. Natürlich, keine Chance, Alter. Alter. Oh ja! Oh mein Gott! Komm mal! Ja! Lenn mir 5 limitierte Jordans. Ähm... Da müsstest du dich ausgeben. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Geh auf Instagram und abonniere Tiger. King Gold Chain. Ey, als Mocker, dein Ernst? Hey, der weiß doch, wie der heißt. Da hab ich. Juni... Öffne innerhalb von 10 Sekunden meinen Shop. Na, was wir müssen... hä? Ohhhhhhhhhh. Ich war schon was auf. Also ich würd sagen... Wir haben gewonnen. Die erste Runde geht an euch. Die erste Runde geht an Autonom. Ihr wisst schon, Leute, wir sind einfach die Besten. Und ich würd sagen... Ja Leute, jetzt haben die mit ein bisschen Glück gewonnen. Können. iPhone hat ein neues Feature, Leute. Irgendwie, wenn man von der Seite zurückgeht, kommt eine komplett neue App. Hat schon immer. Ich glaube. Weißt du, bin ich normalerweise immer eins zurückgegangen. Ich mach immer so eine vollkommen neue App, ja. Oh. Oh. Ja Leute, jetzt haben die tatsächlich mit ein bisschen Glück gewonnen. Und ich würd sagen, wir sehen uns jetzt auf seinem Channel wieder beim zweiten Teil. Und wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst doch mal einen Daumen nach. Open! Open! Open!